... ... ... ... ... ... ... Da hinstellen, Maxi, wir können ordentlich den Griff machen und dann zerstörst du den Griff. Steh auf, lass es kurz stehen oder komm in meine Richtung hier. Geh dich weiter auf den Bauch und lass dich nicht hier dringen. Maxi, jetzt hast du bemerkt, nur kurz hier. Komm, Maxi! Einen Griff durchzufrieden. Zahn, Rezeko! Zahn!